Musik Der Bachelorstudiengang Elektrotechnik und Informationstechnik liegt mir besonders am Herzen, da dieser eine Schlüsselrolle einnimmt für die zukünftigen Ingenieurinnen und Ingenieure hier in Deutschland, Europa und der Welt. Entkämmen zu stüren bedeutet tatsächlich ein sehr, sehr breites Lehrspektrum zu erhalten, von den Grundlagen hin zu Anwendungen wie im Bereich Automobil, Smartphone. Hier bekommt man erst dann alles geboten und ist bestens vorbereitet für den späteren Zeitraum als Ingenieur in der Wirtschaft zum Beispiel. Die Jobaussichten, wenn man Elektrotechnik studiert hat, sind wirklich sehr, sehr gut. Ich persönlich habe schon während des Studiums viele Angebote bekommen, wie es nach dem Studium weitergehen könnte. Außerdem habe ich auch im Internet sehr viele Stillenanzeigen gefunden. Machen kann man dabei eigentlich fast alles. Man kann in dem Bereich eher Software gehen oder Hardware. Man kann gehen mit eher größeren Sachen, also wie zum Beispiel Kraftwerken oder Zügen. Man kann sich auch eher für Kleingeräte interessieren, wie zum Beispiel Handys. Also mal ganz platt gesagt, eigentlich alles, wo irgendwie Strom fließt, ist relevant. Musik Die TU Chemnitz ist cool, weil wir das Semesterticket haben. Damit können wir in komplett Sachsen die ganzen Züge benutzen und vor allem auch in komplett Chemnitz sozusagen die ganzen Öffis benutzen. Zudem haben wir ein Kulturticket, wo wir in Museen gehen können oder ins Theater gehen, vergünstigt in die Opern zu gehen. Oder auch den sogenannten Filmclub, wo man auch vergünstigt super neue Filme, die rauskommen und anschauen kann. Und eben auch unsere Studentenbars. Musik Musik Sie als zukünftige Studierende und Studierenden müssten tatsächlich die Voraussetzung mitbringen, Interesse zu haben an der Physik, der Mathematik und natürlich an dem Ingenieurwesen als solches. Wenn Sie das mitbringen, sind Sie bei uns genau richtig. Ich kann Ihnen tatsächlich einen sehr, sehr guten Rat heute mitgeben. Hören Sie auf Ihr Herzen, vertrauen Sie der Elektrotechnik, blicken Sie in Ihre Zukunft und kommen Sie zu uns nach Chemnitz. Hier erwartet Sie Elektrotechnik zum Anfassen. Musik 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 Vielen Dank.